Wir haben gerade gehört, der Bürgermeister gibt sich auch die Ehre. Dürfen wir kurz zum Bürgermeister vorstoßen? Guten Abend, Sie sind der Bürgermeister von Overart? Großartig. Willkommen. Bekannt mein Name. Wir haben gleich einen Vortrag drin. Dürfen wir Sie einladen, dass Sie uns... Nee, ich hab doch kein Interesse. Sie möchten draußen bleiben? Ja. Aber es gibt was zu essen und zu trinken drin. Das ist aber kein anderes. Sie wollen nicht wissen, was wir erzählen? Nö. Aber Sie wissen, dass es Grund gibt, dagegen zu demonstrieren? Ja. Okay, darf ich wissen, warum? Nö. Sie wissen auch schon, warum nicht? Ja, ich weiß, warum nicht. Seit über 20 Jahren weiß ich, warum nicht. Okay, aber der Bürgermeister ist hier, aber Sie wissen auch, warum Sie hier sind, aber Sie wollen uns nicht sagen, warum. Ja. Aber Sie wissen ja Bescheid im Zweifel, warum Sie hier sind. Von welcher Fernsehanstalt kommen Sie? AfD. Aha. Parteien haben die normalerweise Fernsehsender? Nö, aber es gibt Parteien, die haben Mikrofone und Kameras.